Wie hat sich Winning Wheels auf die Kundenfrequenz ausgewirkt? Also sehr positiv. Wir hatten viele Kunden heute. Das Center an sich hatte nicht so viele Kundschaft, aber die, die im Center waren, die haben wir bei uns im Laden gesehen. Die Kunden kommen mit einem Los. Sie wissen, sie haben was gewonnen. Sie sind interessiert, was haben sie gewonnen. Sie kommen und sie können auch selber noch mit dem Wasser steuern, was sie gewonnen haben. Und auch neue Kunden sehen, dass es in der Apotheke eine Parfümerie gibt, die sie vielleicht noch nicht gekannt haben. Unterstützt hat sie uns auch mit Aufmerksamkeit. Die Kunden sind so aufmerksam, auch bei Produkten, gerade bei uns in der Parfümerie, wo sie, wenn sie in die Apotheke wollen, einfach vorbeilaufen. Und heute haben sie gesagt, ich gucke auch mal rechts und links und schaue mir das Ganze mal ein bisschen genauer an. Und das hat Winningville wirklich gut gemacht oder es ist positiv auf uns ausgewirkt.